Ich bin öffentlich bestellte und allgemein beeidigte Übersetzerin und Dolmetscherin für die Sprachen Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Also eine Sachverständige im Bereich der schriftlichen und mündlichen Sprachmittlung und beherrsche Deutsch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch gleichermaßen auf muttersprachlichem Niveau. Darüber hinaus biete ich Übersetzungen von Urkunden, Zeugnissen, Verträgen und anderen Texten jeglicher Art und Schwierigkeitsgrades an. Kontaktieren Sie uns!